Jetzt ist es fertig. Möbel fliegen aus dem Fenster. Türen werden aufgebrochen, die Wohnungen ausgeräumt. Jedes Zimmer mit einem X an der Tür wird entrümpelt und verbarrikadiert. Auch für die hartgesotten Angestellten vom Rühmungsdienst ist das keine einfache Aufgabe. So etwas hätten sie noch nie gesehen. Das tut weh, aber was für die Leute da gewesen sind. Es tut nicht weh. Liebe, alles weg, alles rühren. Wieso tut das nicht weh? Die Leute, die hier gelebt haben, das ist keine Hygiene. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, das findet auch der Bewohner dieses Zimmer. Weil er bis Ende Jahr noch einen Vertrag hatte, dürfte er eigentlich noch ein paar Tage bleiben. Lieber packt er aber seine Sachen und geht auf die Strasse. Sogar bei diesen eisigen Temperaturen sei es dort besser als hier. Sein Gesicht vor der Kamera zeigen wollte er nicht. So schlimm finden es aber nicht alle. Trotz diesen schlimmen Zuständen gibt es immer noch Bewohner, die zwar nie einen Vertrag hatten, aber resistent bleiben und versuchen zurück in ein Zimmer zu kommen. Das ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Kamera abschalten müssen. Einer der Drogenabhängigen bedroht uns. Es wird brenzlig. Wir bringen uns in Sicherheit. Dann lädt sich der Verwalter an mit dem jungen Mann. Ja, komm mal auf! Einmal mehr eskaliert es. Zipp greift ein. Nein! Später die Polizei. Für den Moment ist es wieder still und die Räumung geht weiter. Achtung! 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 Das wird ein sehr hartes Spiel werden für diejenigen, die sich hier widerrechtlich Zutritt verschaffen wollen. Die Strategie möchte nicht bekannt geben, dass wir nicht von aussen nach innen zumachen, sondern von innen gegen aussen zumachen. Schrittweise die Schlinge, die wir auslegen, immer enger ziehen, sodass es für die entsprechenden Menschen, die diese Liegenschaften aus welchen Gründen auch immer noch aufsuchen wollen, derart aufwendig wird, dass der Schmerz zu mir grösser ist als der, wenn man innen ist und etwas konsumiert. Wenn das definitiv alles leer ist, kann uns auch der Verwalter nicht sagen. Sicher ist aber, dass das Zeichen zum Ausspiel noch mindestens bis Ende Woche weitergehen wird.